Herzlich Willkommen zurück zu diesem Video auf unserem Kanal zu folgern gleich. Ja Leute, ab jetzt gibt es meinen Kanal HerrSofortGTA, wo ich jetzt Videos von GTA-only bringe, also es gibt nur GTA-Content. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr GTA feiert, dann würde es sich auf jeden Fall lohnen, wenn ihr hier einfach mal auf Abonnieren drückt, die Glocke aktiviert. Und ja, dann sieht man sich vielleicht auf dem anderen Kanal mit GTA. Jedoch Leute, es geht auf diesem Kanal ganz normal weiter mit ganz normalen Videos, nur das hier, den Kanal, den ihr jetzt gerade seht, das ist einfach nur so ein Zusatzkanal, halt nur für GTA. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne auch hier auf dem Kanal einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, schreibt was in die Kommentare, bis dahin haut rein und tschüss.